Ein herzliches Hallo von mir an euch! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Bei meiner ersten, in Anführungsstrichen, Runde Huntress! Ich muss tatsächlich sagen... Es ist nicht so ganz, ganz, ganz meine erste Runde. Aber es fühlt sich so an. Ich habe mal vor einem halben Jahr, als die Jägerin im Archiv dran war, mal zwei Runden mit ihr gespielt. Und habe da... Naja, auch nichts getrunken. Tja, so wie jetzt. Man muss mit ihr aber werfen, weil man ist so langsam. Die Palette ist schon weg, Mac. Was sind denn das für Blutspritzer gewesen? Hat sie flink... Wieso sieht denn das Blut so komisch aus? Sah das immer schon so komisch aus? Oh, okay. Ähm... Hier ist nicht mal der Keller. Ja. Da hinten. Barbecue. Barbecue. Wow. Wow. Oh, die ist mir eigentlich so vors Beil gelaufen. Oh, ich bin so eine schlechte Jägerin. Ich hasse sie. Ich spiele nicht gern gegen sie und ich habe damals schon bei den ein, zwei Runden gemerkt, dass ich sie einfach nicht spielen kann. Da ist jemand zum Haken gerannt, aber das ist okay. Okay. Ich bin einfach dumm. Und habe sie verloren. Jetzt habe ich auch keinen Pop mehr. Wobei, hier wäre Pop echt nötig gewesen. Haben wir hier einen Schrank. Würde gern nachladen. Schon mal. Die verkacken auch keine Skillchecks. Obwohl ich deswegen die Jägerin eingesteckt habe. Die Jägerin eingesteckt habe ich mir hier. Die Jägerin eingesteckt habe ich. Gott, ich bin so überfordert Ich hätte bei Mac bleiben sollen Hilfe Hilfe Ich spiele sie nie wieder Schlüssel Er hat einen Schlüssel Juhu Okay Das reicht für die Runde Master Schuss Er hat einen Schlüssel Und das Wiegenlied ist weg Mac, ich meine, es ist nicht meine Teamkameradin, die hier hängt Es geht natürlich auf Clüdy Gottes Willen Ich will keine Jägerin sein Oh, neue Äxte Beile Beile Es wird gleich dort hinten den Jennern gehen Ich war einfach jahrelang dort nicht gucken Ich habe keine Beile mehr Ich habe Nöd rausgenommen Ich hätte Nöd drin lassen sollen Weil Tana bringt gar nichts Äh, hier ist doch irgendjemand im Busch Tana bringt halt nichts, wenn man die Leute nicht trifft Oh Gut Ihr wolltet sie sehen Ich sag's euch Die Jägerin Gibt so schnell nicht mehr zu sehen bei mir Ähm Diese Verzögerung im Wurf jedes Mal Äh, ich Äh Ja War eine gute Runde Nicht Ich mag meinen Skin Aber Sonst Einfach gar nichts an der Jägerin Ich bin so ein Noob Ja Gut Verabschiedet euch von Anna Auf diesem Kanal Aber ich glaube so viele von euch haben gar nicht auf Anna gewartet Weil Bei allen Abstimmungen war sie mit Abstand auf dem letzten Platz Niemand wollte sie sehen Von daher Alles cool Wir sehen uns in der nächsten Folge DVD Und nächsten Sonntag gibt's eine Killer-Folge Aber definitiv nicht Anna Wegen ich spielen werde, weiß ich noch nicht Das entscheide ich dann Ich verabschiede mich aber jetzt erstmal Und wünsche euch noch einen schönen Tag Danke fürs Zuschauen Adieu mit Ö Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020